Yo Leute, was geht? Flakes hier. Dieses Video wird glaube ich mega krank. Ich will auf diesem Video 20.000 Likes sehen, wenn ihr mehr Videos mit dem Renegade Raider sehen wollt. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Heute werden wir Sweaty aus dem letzten Video fragen, ob sie Lust hätte, die Leute, von denen sie gemobbt wird, so richtig hops zu nehmen. Schaut euch das ganze Video an, denn es wird bestimmt zu lustig. Und kommentiert mal, was ich noch mit dem Renegade Raider machen könnte. Und tragt auf Ehre meinen Crader Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hallo, hallo, Sweaty, bist du da? Ja, hallo. Ähm, wie geht's dir, Sweaty? Hm, eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ähm, du wunderst dich bestimmt, warum ich dich wieder hier eingeladen habe, oder? Ja. Ich sag's dir einfach gleich, wir landen jetzt erstmal hier hinten wieder. Da war's eigentlich ganz nett, wir haben ja sogar den epischen geholt, vielleicht holen wir den heute ja wieder, oder? Ja, das war auf jeden Fall voll cool. Ich find's erstmal richtig gut, dass du einigermaßen happy bist. Also, die Story, die du mir da letztens erzählt hast, ich weiß nicht, zwar, glaube ich, vor drei Tagen oder so, die war ja nicht so besonders schön. Ja, ich weiß. Und, ich weiß nicht, hattest du in der Zeit irgendwie wieder Homeschooling oder so? Ja, ich hatte gestern. Gestern? Oh, guck mal, hier unten. Oha, ein Llama. Alter, wie nice ist das denn? Wir landen hier in unserem Spot und auf einmal ist hier ein Llama. Ey, das kannst du dir gönnen. Du bist ein Ehren-Nose-Skin, du kannst dir jetzt das Llama gönnen, okay? Oha, danke. Kein Problem, Sweaty. Hier, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Und? Easy peasy. Uh, wir können uns ja ein bisschen aufteilen. Hier, ich nehm das hier, das hier. Oha, ja, okay, okay, okay. Bisschen fair aufgeteilt, oder? Ja. Aber, Sweaty, ich hatte dir doch letztens ein Skin geschenkt. Hast du das überhaupt bekommen? Ja. Und warum spielst du trotzdem No-Skin? Ich nehm ihn gleich. Du willst eher No-Skin spielen, obwohl du jetzt ein Skin hast, oder? Ja, No-Skins ist einfach so ein cooler Skin. Und du spielst trotzdem gerne No-Skin? Ja. Das Ding ist, du hast mir doch letztens von deinen Freunden in der Schule erzählt, oder? Ja. Hat es sich jetzt alles gebessert, oder ist es immer noch so? Erzähl mal. Eigentlich ist es halt immer noch so. Also, die mobben dich immer noch, weil du No-Skin bist? Ja. Ey, das kann doch nicht sein. Ich verstehe sowas nicht. Wieso machen Leute sowas? Vor allem, du hast so eine süße Stimme, du bist noch so jung, und wie kann man dann... Oh mein Gott, ich check's nicht. Nur wegen dem Skin machen die sowas. Ich check's nicht. Keine Ahnung. Irgendwie haben die keine Ehre. Stimmt, stimmt. Ich glaube... Ey, Sweaty, du hast richtig gesagt. Die haben einfach keine Ehre. Wirklich. Ich glaube, die mögen das. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Irgendwie sind die Hobbylos. Ja, ich glaube, die haben wirklich keine Hobbys. Ich glaube... Wie hast du es gesagt? Die machen das einfach aus Spaß, weil die Langeweile haben? Ja, ich glaube schon. Alter, das geht doch gar nicht. Das Ding ist, du hast ja jetzt mich, und wir hatten doch letztens sowas ausgemacht. Kannst du dich noch erinnern, was ich so gesagt hätte, was wir mit deinen Freunden machen können? Hm, du hast gesagt, wenn die online sind, machen wir die fertig. Und wie könnten wir die denn fertig machen? Was denkst du? Hm, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas, was sie nicht haben. Genau. Ich weiß nicht. Sind deine Freunde OG? Haben die OG-Skins? Äh, ich glaube nicht. Äh, haben die irgendwie den Loser-Tanz oder irgendwie sowas ähnliches? Nein. Okay, und was für einen Grund haben die, dass sie dich mobben, obwohl die keine OG-Tänze haben, keinen OG-Skin? Was für einen Grund haben die denn da? Sind die komplett lost? Ich glaube schon. Die mögen generell No-Skins nicht. Ich weiß aber nicht, weshalb. Ey, wie kann man generell No-Skins nicht mögen? Ey, No-Skins sind doch die süßesten Lebewesen, die es auf der Welt gibt, oder? Ja. So sweaty. Wir müssen jetzt erstmal in die Zone, glaube ich, rennen. Perfekt. Ich hab was für dich. Was denn? Oh, nice. Guck mal. Wie kann man No-Skins nicht mögen? Du bist so ein süßer No-Skin. Gib mir hier Schildtränke und sowas. Ist doch mega nice. Du bist mein Teammate. Das ist meine Pflicht. Oha. Das hast du aber süß gesagt. Zu dir muss man einfach nett sein. Hä, wieso muss man zu mir nett sein? Weil du nett zu mir bist. Aber was hab ich denn gemacht? Du hast mir bei dem Skin-Contest geholfen. Ey, das fand ich echt kritisch. Du hast bei einem Skin-Contest mitgemacht. Ich hab gestream-snipet und dann fangen die dich einfach an zu mobben. Das hab ich ja gar nicht gecheckt. Keine Ahnung, warum die das machen. Ey, das ist echt lost. Das ist echt lost. Aber heute werden wir uns rächen, okay? Weißt du, was auch mega nice wär? Was ist eigentlich, wenn wir rausfinden, wer diese Mobber waren vom Skin-Contest und die vielleicht auch noch einladen, falls deine Freunde keine Zeit haben? Oha, das wär auch voll cool. Dann könnten wir die einladen und vielleicht, ich werd dann auch einfach hier als No-Skin rumlaufen. Dann laden wir die ein und dann, oh, dann, dann, dann hab ich eine richtig gute Idee. Willst du hören, was ich für eine Idee hab? Ja, bitte. Also, ich hab dir doch letztens gesagt, dass ich dir ein Skin schenke, ne? Das hab ich ja auch gemacht. Mhm. Du hast dir ja so ein Skin gewünscht, du hast mir geschrieben und dann hab ich dir den ja geschenkt, ne? Ja. Den kannst du mir dann auch später zeigen, okay? Ja, okay. Und dann hab ich ja gesagt, wie wäre es, wenn wir die einladen und dass ich den Loser-Tanz mache? Take the air. Ja. Was denkst du, wie die da reagieren würden? Ich glaub, die würden ausrasten. Die würden ausrasten und das Beste wär, wenn die dann direkt einfach lieben würden, oder? Ja. Das wär richtig nice. Aber, Sweaty, ich hab noch was richtig Nices. Willst du hören, was? Ja, ja, was denn? Ich weiß nicht, ob ich's dir jetzt schon verraten soll, aber du siehst ja hier, ich hab den Benny-Boy. Und, ja, ich hab dir noch nicht so viel von mir erzählt. Ähm, willst du's wirklich wissen? Ja. Ähm, ich hab auch OG-Skins. Hä, echt? Als ob? Ja. Oha. Weißt du, was wir mit diesen OG-Skins machen könnten? Was denn? Wie wär's, wenn wir mit meinen OG-Skins die Leute, die dich mobben, mal damit überraschen und mal gucken, wie die reagieren? Was hältst du davon? Oha, ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie die reagieren werden, weil ich kenn diese Leute. Ich hab schon einige davon getroffen und, äh, die sind dann immer so cool drauf. Meistens sind die dann auch zu zweit, zu dritt und fangen dann an, Leute zu mobben. Und dann zeigt man hier einen OG-Skin und dann nimmt man denen einfach die Ehre, obwohl die eigentlich gar keine Ehre haben, ne? Ja. Ähm, guck mal, Sweaty, kannst du mal schauen, ob deine Freunde online sind? Kannst du mal ganz kurz nachschauen? Ähm, ja, kann ich. Oha, ja, der eine ist sogar online. Also einer davon ist online? Ja. Und denkst du, er kommt in deine Lobby, wenn du ihn einladest nachher? Ich glaub schon. Du glaubst schon. Okay, okay, das ist schon mal gut. Und dann können wir auch schauen, wie die aus dem Skin-Contest heißen, also die Leute, die dich da gemobbt haben. Mhm. Und dann können wir die ja mal alle einladen und mal schauen, wie deren Reaktion ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ey, Sweaty, aber das ist dann halt schon ein bisschen mies, was wir machen, oder? Wir nehmen die ja dann komplett hops, oder? Mhm, das ist aber verdient. Denkst du, die haben es wirklich verdient? Ja. Wirklich, wirklich? Ja, ich will nicht, dass anderen No-Skins das auch passiert. Das stimmt. Warte, wie alt warst du nochmal? 14. 14, stimmt. Okay, okay. Feier ich. Feier ich, dass du so zu No-Skins stehst. Ich hoffe, es gibt mehr davon, weil die No-Skins sind die besten Skins. Das sind die besten OG-Skins. Und nur weil Leute irgendwie so einen 5-Euro-Skin haben, dann dürfen die doch nicht anfangen zu mobben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Willst du die Runde hier noch fertig spielen? Willst du den epischen dir gönnen? Ja. Okay, okay, okay. Let's go. Du hattest doch gesagt, dass du... Oh! Äh, Sweaty? Ja. Woher? Wir haben noch einen Lama. Sweaty! Ich sag doch, No-Skins sind die besten, siehst du? Warum haben wir so ein Glück? Was soll ich dazu noch sagen, ey? Einfach zwei Lamas in einer Runde. Holy moly, Macaroni. Gönn dir alles, was du brauchst. Let's go. Alter, Sweaty. Ich glaub, wir werden doch den epischen holen. Ey, wir haben zwei Lamas gefunden. Ich weiß gar nicht, auf der ganzen Map, wie viele Lamas? Gibt es da drei? Keine Ahnung. Ich bin mir gar nicht sicher, aber Sweaty. Ich glaub, No-Skins bringen einfach Glück. Ja. Ey, Sweaty. Sweaty, Sweaty, Sweaty. Ich muss öfters mit dir zocken, damit ich hier immer Lamas finde. Holy moly. Können wir auch machen, wenn du möchtest. Ach so, du willst öfters mit mir zocken? Ja. Ja, nice. Können wir gerne machen. Ich bin auf jeden Fall mega hyped. Das können wir wirklich machen. Wirklich, wirklich, wirklich. Hast du eigentlich irgendjemand erzählt, dass du mit mir gezockt hast und dass ich dir einen Skin geschenkt hab? Nein, eigentlich noch nicht. Noch nicht? Ist auch gut so, weil ich deine OG-Freunde, beziehungsweise die Leute... Nee, das sind ja gar keine OG-Freunde. Das sind ja eher Leute, die dich mobben. Das sind ja Feinde. Weil wenn die dann rausfinden, dass du hier schon ein Skin geschenkt bekommen hast, dann wissen die ja, dass du kein No-Skin mehr bist, weißt du? Ja. Okay, Sweaty. Dann müssen wir uns jetzt richtig anstrengen. Guck mal, da hinten sind Gegner hier. Aber ich weiß nicht, ob wir schon angreifen sollten. Wir haben so guten Loot. Ey, Sweaty. Ich bin so... Ich bin so aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja. Ey, stell dir vor, wir gehen rein. Wir machen Loser-Tanz, wechseln Skin neben uns, ROG-Skins. Die rasten komplett aus, glaubt mir. Ich glaub, die werden das Game löschen. Die werden das Game löschen, glaubst du? Ja. Ich glaub, die werden uns sehen, die werden gucken, die werden rausgehen und direkt Fortnite installieren, glaub ich. Ja, auf jeden Fall. Ey, du bist so süß. Ich schwör's dir. Du bist einfach wie ein No-Skin. Du bist so ein richtig süßer No-Skin. Wirklich. No-Skin passt zu dir. Soll ich dir mal was zeigen? Was denn? Was denn? Guck mal. Oh, Sweaty. Du hast auch gute Tanz-Moves drauf, ne? Ja. Sweaty. Alter, Ehre, dass ich dich geedit hab nach dem Skin-Contest. Das war wirklich kein Fehler. So, Sweaty. Ich weiß nicht, sollen wir mal probieren zu fighten oder willst du lieber noch nicht fighten? Oh, da unten fighten welche. Guck mal. Wir können ja mal zuschauen, was die so machen. Mal schauen, ob ich da jemanden snipen kann. Mal schauen. Oh, die. Guck mal. Wie sind so No-Skins? Wir schauen einfach zu, was die da so machen. Weißt du, wir haben hier eine gute Aussicht. Hast du Popcorn? Äh, Popcorn? Ähm, ähm, äh, weil das hier so ein schöner Film ist. Ja. Äh, ne, Popcorn hab ich leider nicht dabei. Aber wir können, ja, bisschen zuschauen, bisschen gucken. Ja, ganz entspannt, ne? Ja, was machen die denn da? Hm, sind die jetzt down gegangen? Ah, der hielt sich da drin in der Box. Äh, ja, okay. Vielleicht kann ich ja einen snipen. Einen Moment. Ähm, ich probier's mal. Oh, da ist der erste Snipe. Okay. Feier ich, feier ich. Okay, jetzt sollten wir, glaube ich, angreifen, bevor die den healen. Let's go, Sweaty. Die Nose geht ab. Die sind hier drin. Die sind hier drin. Oh. Wow, 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 wow. Hier bei mir, bei mir. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, ist tot. Let's go. Warte, wir müssen uns zielen. Hast du Minis für mich? Ja. Bleib lieber hier, bleib hier, bleib hier, bevor die Gegner kommen. Die kommen schon. Mach zu, mach zu. Oh, 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 die greifen uns an. Die sind, glaube ich, böse. Wir haben ein Schild. Oh, ja. Und er ist tot. Oh, einer hat mich. Sweaty. Oh, nein. Vielleicht kriegst du ihn ja. Ich hoffe. Er ist da drin, genau vor dir. Oh, Sweaty. Egal, egal. Wir sehen uns jetzt gleich in der Lobby. Und dann laden wir mal die Leute ein, okay? Ja, okay. Ähm, hallo, hallo? 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 Warte mal. Was, warte mal? Ein Sweet Girl. Hast du gerade wirklich einen No-Skin-Kollegen noch mitgenommen? Reicht doch, dass du No-Skin bist. Wieso musst du einen Zweiten ausgenehmen? Das ist doch eklig. Hä? Warum bist du so gemein? Weil du No-Skin bist. No-Skin sind gel... Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Willst du No-Skin? Also der Drift ist vom Skin Contest und der Skull Trooper ist der Schulfreund? Genau. Ist es euer Ernst, dass ihr sie mobbt, weil sie No-Skin ist? Was denn daran zu stimmen? Also ich finde, No-Skin sind doch geboren, um gemobbt zu werden, weil... Passt lieber auf, bevor wir dich gleich mobben. Also lief lieber die Gruppe noch. Was ist dein Ernst? Hör ich mich an, als würde ich Spaß machen. Jetzt geh raus aus der Lobby. Und du auch direkt. Kauf die Mannskin, bevor du mit uns redest. Warum sollte ich lieben? Es ist doch meine Gruppe. Ihr seid doch bei mir beigetreten. Aber du wolltest nicht ein bisschen... Du wolltest nicht ein bisschen auslachen, dass du ein dreckiger No-Skin bist. Haha. Du ekliger No-Skin. Kauf die Mannskin oder kannst du es dir nicht leisten. Alter. Ist es euer Ernst? Ihr mobbt No-Skins und ich hab nicht mal... Hä? Eure Skins sind doch gar nicht besonders. Ja, natürlich. Warte mal, warte mal. Das ist ein OG Skull Trooper. Und ich bin ein Skin, der Season 1 in den Shop gekommen ist. Und den hab ich dann gekauft. Also, was ist dein Problem? OG Skull Trooper. Dein Ernst? Ja. Schau uns doch mal an, was für coole Skins wir haben. Und du als No-Skin, du darfst doch gar nicht reden. Du hast gar keinen Skin. Sag mal lieber leise. Alter, OG Skull Trooper ist lila. Ist das dein Ernst, Jan? Du denkst, du bist OG? Das ist doch lila. Was für lila? Das ist grün. Nein, das ist lila. Ey. Auf jeden Fall. Der ist lila und mein Skin, der ist lila. Wartet mal, wartet mal. Seid mal ruhig. Seid mal ruhig. Sweat Girl. Ich hab dir doch vorher was gesagt, was wir jetzt gleich machen. Ja. Mach dich mal bereit, okay? Und auf drei machen wir das Ganze, okay? Was wollt ihr denn machen? Den No-Skin-Tanz oder was? Ich hab nämlich einen Nicen Skin, den ihr bestimmt toll findet. Du! Du, ein Skin. Du hast einen 2.9 oder was? Du hast einen Skin. Also ihr glaubt mir nicht, dass ich irgendeinen OG-Skin vielleicht habe. Einen OG-Skin vor allem noch, Digga. Schau mal deinen No-Skin an oder sag mir, was ist ein OG-Skin. Erstmal, wir sind OG-Skins und du bist gar nichts, okay? Okay. Sweat Girl, bist du bereit? Ja. Okay, dann auf drei, okay? Mhm. Eins. Zwei. Drei. Hä? Was? Was? Nein, was? Nein, was? Nein, was? Nein, mein Gott, Digga. Warte mal, warte mal, ähm. Sweat Girl, das war nur Spaß letztens beim Skin-Contest. Ich wollte dir nur sagen, ich wollte nur so ein bisschen schauen, wie du so reagierst. Wenn ich so No-Skins-Mobby, ich wollte schauen, was ist deine Reaktion? Ähm, ist das euer Ernst? Sei mal ruhig, du brauchst dich jetzt gar nicht entschuldigen. Ist das dein Ernst gerade? Nur weil ich jetzt den Renegade drin hab, bist du wieder nett zu ihr? Nein, das war doch nur Spaß und zu dir war es ja auch nur Spaß. Ich wollte mal fragen, ob wir vielleicht mal ein paar Runden zocken können zusammen oder so. Euer Ernst? Ähm, Jungs, ich hab ein kleines Geschenk für euch. Hättet ihr Bock auf ein Geschenk? Was? Ein Geschenk? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Am besten noch, warte mal. Sag dir, welchen Skin du mir am besten schenken sollst. Und zwar diesen, ähm, Superhelden-Skin für 1800 Super-Trade. Ah, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Schau mich mal an, okay? Schau mich einfach mal an. Das hier ist für euch. Was denn? Nein! Ähm, Sweaty? Was war das denn? Äh, ich glaube, wir haben denen die Ehre genommen. Okay, auf jeden Fall haben wir das total verdient. Ist so, ist so. Es war auf jeden Fall erfolgreich. Höchst.